und da bin ich auch schon wieder und wir gehen direkt los die falle machen da hinten ist doch schon cool unser versuchsobjekt der trick geht folgendermaßen man buddelt wie man will 12 dann können die gegner nicht mehr raus 34 so mache ich statt wie er es auch gesagt hat was am besten das macht man am besten zu sonst hey gegner ich mache dir hier mal so ein schönes ding so wie ging das jetzt so dann so und dann so jetzt brauche ich ein opfer ich könnte mich selbst opfern aber nein da sind ein paar tiere aber nein mann ist jetzt irgendwie so ein tier dahin kriegen ich habe so ein bisschen scheiße gesetzt kuelzer komm mal her ich könnte es mit mir selbst machen ja mama dann müssen wir ja okay jetzt von seiner nähe ja aber ich mag erst mal alle sachen zumindest in die bude werfen und jetzt auch unten kannst du doch gleich einfach wieder einsammeln egal die rüstung ist eh sowieso schon bums ich habe sowieso noch genug leder das lustige an der falle seht ihr gleich wenn ich erst mal weggeworfen habe ja was ist das wohl jetzt bin auch gespannt ja aber es ist nicht ich kann das auch nicht er hat mir mal so gesagt und ich hoffe er sieht doch dieses video so das ist ein toller haufen so stellt ihr vor ich bin jetzt ein creeper oder ein zombie ich bin so doof so wenn ich jetzt drauf trete weil ich instant runter mit dem dynamit und komme nicht mehr raus und hängen wieso habe ich überlebt wdf wdf lol so ist so viel glück na das ist ein dermlack alter ja aber warum bin ich nicht gestorben normalerweise hätte ich doch explodieren müssen hm hm ich mach das nachher auch mal irgendwann bei mir ja das ist ein riesen krater das ist ne obwohl es nur ein dnt war ja ja dann bauen wir jetzt mal eisen ab da hatte ich einen kleineren krater äh mit 255 dnt ok nein aber trotzdem weil du ein kack�ו bist ich bin kein doob natürlich bist du ein noob ich habe es doch gerade gesagt ähäähäähäähäa es muss nicht richtig sein wenn du es sagst doch dann muss es richtig sein aber es nervt mich jetzt dass das nicht gefunst hat wird es schon wieder dunkel ach nee da sind nur wolken die was nicht gefunden hat mit der falle das fikt grad voll so dass man stirbt normalerweise stirbst du ja die creeper werden doch bestimmt schwer die zombies vielleicht hast du einfach nur ein stark oder sie den tüder gegen vielleicht bist du dagegen ausgebildet ja schon sprengstoff experte springste jeden abend schädel weg natürlich ich habe nichts besseres zu tun als wir jeden tag in den dynamit stangen arsch zu schieben du weißt du doch dass ich nichts besseres zu tun habe ich jetzt erst die rüstung hier kaputt machen weil die nervt steckte ihren armen heißen ein nasenswell in den arsch drückt drauf und testet sich am meisten wehtut aber das sieht doch auch guck mal und sieht man den gang und übel so viel lava dass man gar nicht zugehört das verdrängt ich will dir auch gar nicht zuhören ja jetzt auch mal so langsam anfangen mob catcher zu bauen ich glaube das wird auch in den nächsten folgen kommen und auch gott wie lange nehme ich auf ich guck mal so ganz voll epic ness sehe ich natürlich nicht moment so das war es auch schon ich habe ganz schnell geguckt und jetzt habe ich mir erst mal so ein fetten schinken in die rübe rein und noch ein bisschen roh schinken das ist ein bisschen doof ich könnte natürlich jetzt hingehen und das ganze so machen das ist doch doch ich mach mir das irgendwann anders du ignorierst mich ja natürlich ignorier ich dich warum weil schnittlauch ach jetzt weiß ich was ich wollte weil schnittlauch lass mal den schnittlauch aus dem spiel da lasse ich den sellerie aus dem keller ne ich weiß der war schlecht der war flach der war schlecht und nicht flach einfach nur schlecht der war flach ich hasse sellerie der spiel fuhiba jetzt muss ich mir erstmal hier die landschaft wieder schön machen ach man du hast schon wieder glas der debat ich baue mal ein glas fail in einer reihe du bist mindestens du bist fail ja das auch ach soll ich jetzt endlich das loch hier zumachen aber ich bin jetzt richtig dreckig der sieht kacke aus mach hier dreck hin du bist dreckig du dreckiger juhu gittlicher 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 nein wir dürfen natürlich nicht juhu gittlicher sagen der baum sieht aber auch toll aus ich glaub das lass ich ich brauch jetzt eh keinen ähm ganz schnell noch den kamin fertig machen wir fast ungewertet blablabla 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 brennen flammen brennen ich bin ein juhu gittlicher äh ja ich auch wenn ich da war ein spiel baue ich hier noch ein bisschen genauso heiß wie ich oh man lame dann mache ich hier dreck hin der war mal wieder nach dass man das nicht sieht da brauche ich bald noch ein Zaun aufs Dach das sieht zwar kacke aus aber ich hab kein Bock die auch Tiere auf dem Dach um zu dansen dance mit jemanden dance mit jemandem dance mit jemandem dance 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 das war doch ein falscher Alarm das war doch ein falscher Alarm auch kuh du dumme Kuh ich bin keine Kuh doch du bist sogar eine dumme Kuh ey Bob der Meister da können wir das schaffen nö wir schaffen da du bist dabei da können wir es nicht schaffen da fehlen wir nur fuck Fehler muuun soll ich rausgehen nein nicht abbauen nicht abbauen ich brauch dich noch aber mit mir schaffen wir nix sag bloß es wird jetzt dunkel weil dann schreie ich äh es wird nicht dunkel gut doch es wird dunkel es wird nicht dunkel ich will hier noch zumachen was soll ich sagen es wird nicht dunkel die ganzen Löcher in der Landschaft eh über den scheiß Creepern eh warum schwebt hier Dreck beim Geldererde äh in der Erd äh äh in der Luft äh Dreck schwebt in der Erde ok ähm logik please scheiß mann so da hab ich mir noch nie versprochen ah jetzt muss ich anfangen zu listeln listel listel so bevor ich hier aber jetzt den Kamin abfackel mach ich einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder ähm wenn ich das Feuerzeug gefunden hab äh warum ich das Feuerzeug hingelegt ähm was ist denn hier passiert BAMOS das war ja leer ja ok in der nächsten Folgen machen wir uns ein Feuerzeug und dann machen wir den Kamin fertig also bis dann dann ja dann ja ja das